Guten Tag und Weidmannsheil. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Wir hatten hier noch eine richtig spannende Yacht. Spannung deshalb, weil wir eine Nachsuche hatten mit einem Nachsuchenführer der Spitzenklasse. Denn Johannes ist mit der Kamera hinterher und hat alles für Sie bis zum Fangschuss festgehalten. Zum Glück kommt es nur sehr selten vor, dass wir unseren Experten Wojtek zur Nachsuche rufen müssen. Aber wenn wir ihn brauchen, steht er uns sofort zur Seite. Anders als unsere Rüdemänner arbeitet Wojtek und sein BGS Cäsar ohne Riemen. Der Hund ist im sechsten Behank und mit 300 Nachsuchen bis 2020 schon sehr erfahren. Die 300 Nachsuchen teilen sich wie folgt auf. Er hat 121 Stück Rotwild, 142 Stück Schwarzwild, 36 Stück Rehwild und ein Stück Dammwild nachgesucht und gefunden. Wojtek hat mich gefragt, ob er für die Kamerabegleitung nun mal mit Riemen arbeiten soll. Ich habe das abgelehnt, weil ich Ihnen zeigen will, wie er seine Arbeit macht. Der große Vorteil bei der Arbeit ohne Riemen ist, dass der Hund alleine zum Stück kommt, den sofortigen Überraschungsmoment hat und dadurch der Hund die Stücke schneller stellen kann. Das geht natürlich nur, wenn der Hund ausreichend Erfahrung am Riemen gesammelt hat und der Führer sich zu 100 Prozent auf den Hund verlassen kann. Und ohne zu übertreiben, aus meiner Sicht gehört der Cäsar zu den ganz wenigen Spitzenhunden. Zwei Nachsuchen hat er schon dieses Jahr für uns durchgeführt. Beide Hirsche kamen nach Hetze zur Strecke. Davon war ein Schuss durch den Träger, ohne dass die Wirbelsäule, Schlagader oder Luftröhre verletzt war. Und bei dem anderen Stück war der Schuss ganz vorne tief, ohne dass ein lebenswichtiges Organ verletzt wurde. Jetzt konzentrieren wir uns auf diese Nachsuche. Am Anschuss war kein Schweiß, nur die tiefen Eingriffe. Wojtek hat durch das Abgehen dem Hund gezeigt, wo er nach der vermeintlichen Fluchtpferde suchen soll. Der Hund pendelt sich schnell ein und dann geht es auch schon los. Wojtek konzentriert sich nun nur noch auf seinen Garmin und folgt dem Hund. Danach folgt der Jagdführer Wirshek dem Gespann. Nach circa 500 Meter der erste Schweiß. Auch wenn das im Film nicht richtig zu sehen ist, aber der Hund ist circa 50 bis 80 Meter vor seinem Führer. Und wenn der Abstand zu groß wird, wartet Cäsar. So eine Arbeit habe ich wirklich noch nicht gesehen. Nun geht es zu einer großen Biese. Der Hirsch hat den Zaun nicht angenommen, sondern zieht parallel auf einem Waldweg. Jetzt ist das Team circa 1 Kilometer unterwegs und ohne Pause geht es weiter. Überall sind Dickungen aus Haselnuss, aber der Hirsch hat sich immer noch nicht ins Mundbett gesetzt. Endlich eine Freifläche und man kann gut sehen, wie der Hund zügig auf der Fährte arbeitet. Es wird kein Schweiß mehr gefunden. Nur die tiefen Eingriffe verraten, dass Cäsar auf der richtigen Fährte ist. Jetzt taucht der Hund wieder in die nächste Dickung. finnen Sie? Boə! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Schuss saß im Übrigen tief vor den Keulen. Eine wirklich schwierige und sehr anspruchsvolle Nachsuche. Das Garmin verrät es uns, die Nachsuche war 2,01 Kilometer lang. So, na, alles super. Danke. Ui. Ja. Danke. Danke. Ja, danke. Sehr gut. Danke, mein Freund. Hast du gut gemacht. Ja, ja, ja. Das ist der zweite Schuss. Sehr gut. Aufpassen. Genau. Danke. Das ist der zweite Schuss. Ja, danke. 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 Weidmannsheil Heinz, Daschbur Wojtek und natürlich Daschbur Cäsar. Tolles Team seid ihr beide. Klasse. Kommen wir gleich zu den Bildern aus den Revieren. Gute Hirsche sind gefallen und die kommen jetzt. Klasse. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das waren zwei Wochen Filmaufnahmen, Hirschbrumpft aus Masuren. Wir haben selten so viel Wild gefilmt, so viele schöne Bilder aus den Revieren gehabt wie dieses Jahr. Das gehört eben auch dazu. Der Kameramann oder die Kameramänner mittlerweile brauchen halt auch Anblick und Glück dabei. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es ist nicht vorbei, denn jetzt geht es richtig los. Wir fahren nach Litauen, hier direkt von Masuren in das Forstamt Panaveges ins Revier Krikenava in Zentral-Litauen, eines der besten Reviere Europas. Ich freue mich sehr darauf, diesmal mit der Kamera dabei zu sein. Und ich glaube, ich werde Ihnen die nächsten Tage ganz, ganz tolle Bilder liefern können. Also sind Sie wieder dabei, denken an das Gewinnspiel, melden sich als Abonnent an, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Dann verpassen Sie auch keinen Film. Und dann sind Sie morgen um elf wieder dabei. Bleibt man Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 милли Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020